In diesem Video möchten wir Ihnen unsere Wettbewerbsanalyse genauer erläutern und Ihnen Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Sichtbarkeit und der Konkurrenzsituation in Ihrer Umgebung aufzeigen. Loggen Sie sich zuallererst in Ihren Vermieterbereich ein und klicken Sie auf den Reiter Wettbewerb. Anschließend wählen Sie Ihren Eintrag aus. Falls Sie mehrere Einträge bei uns haben, sehen Sie die Wettbewerbsübersichten für monteurzimmer.de und pension.de im jeweiligen Portal. Ganz oben erhalten Sie zuerst eine Übersicht über den aktuellen Wettbewerb in Ihrer Region mit einer Auflistung zu den bestehenden Eintragsarten und unserer Empfehlung, mit welcher Eintragsart Sie in Ihrer Region am besten vertreten sind. Orientieren Sie sich also bei der Eintragswahl immer an Ihrer Konkurrenz. Darunter zeigen wir Ihnen die Aktivitäten in Ihrer Region. Hier haben Sie die Konkurrenz immer im Blick und können überprüfen, welcher Vermieter in Ihrer Region sich gerade neu aufstellt und seinen Eintrag entweder aufwertet oder Top-Einträge in der Region erwirbt. Um Ihre Sichtbarkeit zu verbessern, sehen Sie im ersten Schritt eine Übersicht unserer Eintragsarten, inklusive des entsprechenden Leistungsumfangs. Dazu zeigen wir Ihnen an, wie viele Vermieter bereits mit welcher Eintragsart werben und wie sich die potenzielle Kundenanzahl mit der jeweiligen Eintragsart steigern kann. Anhand unserer Empfehlung können Sie schnell erkennen, mit welcher Eintragsart Sie am besten aufgestellt sind. Im zweiten Schritt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Reichweite über Zusatzbuchung zu erweitern. Zum einen können Sie Ihren aktuellen Eintrag auf das jeweilige Schwesterportal übertragen und somit Ihre Präsenz um ein Vielfaches steigern. Zum anderen können Sie sich mit einem Top-Eintrag für eine Suchebene Ihrer Wahl dauerhaft ganz oben über den normalen Suchergebnissen positionieren. Eine kleine Auswahl verfügbarer Top-Einträge sehen Sie bereits als Vorauswahl. Für mehr Ergebnisse klicken Sie auf Top-Eintrag buchen. Zu allerletzt sehen Sie anhand eines Kreisdiagramms die Vollständigkeit Ihres Profils in Prozenten. Um Ihr Profil ansprechender und informativ zu gestalten, stehen Ihnen Hinweise zur Verfügung, wie genau Sie Ihr Profil verbessern können. Über den Button Eintrag anpassen gelangen Sie direkt in Ihren Eintrag. Weitere Informationen rund um Ihren Eintrag finden Sie auch in unserem Hilfe- und Kontaktbereich. Viel Erfolg bei der Vermietung!